Also, wir Noah und Jonas, ich bin Jonas, das hier finden, dass... Also ich finde, dass die U-Bahn in Berlin einfach treibichtig ist. Ja, das ist heftig. Ich wohne hier auch schon seit 13 Jahren. Ja, muss man wissen. Und ich finde, dass Air Berlin ganz toll ist. Und PIN und die S-Bahn auch. Und die ganzen Secret-Läden. Ja, genau. Und Döner ist auch lecker.